Vom Hersteller wurde eine Tablettenführung nachgerüstet, damit die Tablette immer sicher, egal in welcher Schräglage sich das Gerät befindet, in der Pfanne landet. Das funktioniert auch wunderbar. Das funktioniert auch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.